Ich nehm' die Folge mal ohne Anmoderation auf. Herzlich Willkommen... Ja, alles klar. Anmoderation werden überbewertet. Alter, helf mir mal lieber hier zuzumachen. Wir kommen hier von draußen rein. Ich hab' keine mehr. Du warst weg. Dann verstärk' meine Wand, Junge. Danke. Wo kann man sich hier verstecken? Oh, ich bin der Stripper. Nee, der Puff. Was soll das hier sein? Alter, hier liegt ne Matratze da. Äh... Äh... Vor allem, wo sind hier die Treppenhäuser? Das check' ich immer noch nicht. Hier sind auf der Kart auf jeden Fall zwei Treppenhäuser. Das weiß ich. Ich bin komplett überfordert mit der Map. Bis jetzt. Dezent, ne? Vor allem im Dunkeln, Alter. Das kriegst du gar nicht. Ui, da hängt einer. Hallo? Was hat sich Rainbow damit gedacht, dass man alle irgendwie sprengen kann, alle Wände? Ja, auf der Map... Ah, die sind schon drinnen! Juhhansinn, die sind schon drinnen! Im Raum. Also nicht im Raum, im Haus. Ja. Das ist echt nicht schwer. Das ist echt nicht schwer. Einer hat auf jeden Fall denitiv ein, ähm... Ehm... Twitch... Jetzt aber irgendwo noch ein Schild. Oh oh, ich glaube eine Wand sprengst du. Hinter mir war die. Ich habe das Medlauber gestrengt ja. Ob Junge? Wer hat hier eigentlich die Tür zugemacht, welcher Hund? Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Vom Stacheldraht her, von der Seite. So, alle sind gespottet. Nur noch ein Gegner übrig. Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters unterbrochen. Warte, Aushalt. Alles klar. Ja, da ist Handflanklage. Wo ist die Handflank? Im Grasraum? Nein, nehm an. Das muss grob reingebissen, wo das ist. Im Grasraum, Alter. Das weiß ich, wo es ist. Seil ja. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Wo du's entdeckt. Oh. Nice. Ich muss aber kaum... Lol, da kann man durchschießen. Die Messer hat doch nicht abgeknallt. Hä? Ich muss gleich so bis hin. Alter, die haben ja meine Tarnung geklaut von meiner Waffe. Die ist nicht mehr da. Ja, die ganzen Tarnungen, die man vorher hatte, sind alle weg. Das fackt ab. Zumindest die, die man freischalten konnte. Ah, das dauert... Kennst du doch. Dauert ne Zeit, dann sind sie wieder da. Voll abfuck. Schiebung. Gibt auf jeden Fall einen Anzug. Ja, ja. Wie die Alte, die mich anzeigen wollte, die Bullen holen wollte und dann abgehauen ist. Das war mein Handy, oder? Ja. Lecker Frillen, Frikadellentost, Pferde-Frikadellen. Ich krieg gleich Pizza. Selber gemacht. Pferd schmeckt so geil, ne? Ja, sag das nicht zu laut, wenn du einen Viper hast, weil dann... ...de ich kein Problem. Wobei, das macht keinen Unterschied, ob du sie denn sagst oder nicht. Die wollen nicht, eh nicht. Nein, der muted. Oh. Du warst gemutet? Ne, er war gemutet. Der mute. Na, keine Ahnung. Wo sind die denn, Alter? Hä, ist doch markiert. Ja, aber... Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters. Oh! Hallo! 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 Achso, er hängt an der Kamera. Ja, ja. Fick dich, Alter. Das Problem hatte ich auch. Ich bin auch schon mal rausgelaufen, Alter. Na, wer kennt dieses Problem hier nicht? Ja, unten bei der Garage. In der Treppe runter und bist gleich draußen. Hä, hier wollte ich doch gar nicht hin. Oh! Das macht, was ich gucke. Alles gut. Bruder! Mach sowas nicht mit mir. Hier wollte ich hin. Oh! Noch voll der Slide. Wieso wolltet ihr Keule eigentlich rausschmeißen? Ja, ein Spaß ist. Bum. Ey, wir sind doch schon hier unten. Du Nigger. Hallo? Chill doch, hier ist keiner. Warum schießt ihr? Nur so. Vielleicht hätte ich ja drückgehalten. Höh! Loll, das wäre mir vorbeigelaufen. Alles klar. Bum. Hallo? Ah, da war einer! Loll! Gut, gut, gut. Gut, gut. Alter, mein Elm. Ja, das ist low. Wenn die durchs Fenster springen, die können gleich ganz genau Elm. Bei mir geht das natürlich wie, ne? Die sind besser. Hä? Nein, verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Was? Ich kann es nicht mehr aufsehen. Digga, ich habe den nicht gehört. Oh. Guck mal. Ja, komm, Digga, er hat doch an. Ich kann doch übrigens nicht mehr Moritz zugucken, warum auch immer. Hat dich geblockt. Ich kann nur die gemutete Drohne sehen. Guck mal 5. Ach so, man sollte vielleicht einen Team-Shatter aktivieren. Oh, eine Sprachnachricht. Ach so, man. Oh. Was ist das? Aaaaah Ja okay Na jetzt so der mich da einschlangen ist jetzt schuld Feindliche Aktivitäten mit Sicherung des Behälters von Sankern Weil die Bedrohung neutralisiert ist Ja Aaaaah Ja Aaaaah Ich hab grad reingesprungen Ich hab drüber gelaufen Sieht wie strange aus Sah geil aus War voll der Ninja Jump Mit den beiden Operatoren, ey Hä? Gibt der jetzt so gar nicht Hab ich mit beiden Operatoren einen, ey Voll der Ninja Jump, Alter Moritz ist einfach bester Junge Hier was los mit dir Marcel, Alter Nicht ein Kill Jaaa gut Ich bin überfordert Und bei dem anderen das war unglücklich Und beim anderen hab ich überhaupt kein Gesöhnen Den Raum sichern, wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen Zeit für etwas Rüstung Ihhh, ich hab Marcel grad im Kopf geguckt Und? Bist du geil geworden? Nichts Achso, dann gehts ja wieder in Ord Ja wie Hä? Was ist das für ne Scheiße? Was ist das für ne Scheiße? Hm? Hier gehts einfach raus Ja nach unten darf man nicht Hier muss ne, hier muss ne, äh, ein Schild hin Geh mal weg Ich hab ein Schild Zehn Sekunden Ich kanns nicht platzieren, da liegt Stacheldraut Ich weiß gar nicht, wo ich mein Ah, hier Kanns immer noch nicht platzieren Lol Lol Ne, ich, ich kanns nur hier platzieren Kanns wieder hin machen Scheiß Glocke Wo kann man sich hier hinschillen, ohne dass man direkt abgeknallt wird? Das ist ja die Frage Da wurde jemand gekillt Um nicht zu sagen, auseinandergepickt Die kommen vom Gemisch, da unten Ja Ui, Blitz Drei Ich hab hier drei auf der Uhr Na komm runter Drei Spitzel da Drei Spitzel da Ui, Blitz Drei Drei Wie kann man aus, was die nach oben rennen? Weil mein Maus hat ja abgedrückt Und mein Maus ist ja abgedrückt Für mein Maus der Hund Du bist auch nur selten dumm, ne? Selten dumm? Jaa Ich mach selber kaum noch der Rekrut Ja Wenn die mal vor mir weg gehen würde? Uuhu, weg Darum wollte ich den kicken, weil du so ne Scheiße machst Näh? Ich komm mir voll nicht klar Ich komm mir voll nicht klar Meiner Der Masse Der hat aber auch gedacht YOLO Das war ein Pokémon-Fuck ey Boah Junge, war aber ne nice Runde 1-1-3 hab auch Moritz hat's gerissen Ja auf jeden Fall Moritz reißt immer Er ist ausgerissen